Der Kunde 3.0 tickt heute einfach anders. Er will da angesprochen werden, wo er sich aufhält. Kunden treffen ihre Entscheidungen heute anders. Online recherchieren und dann kaufen sie nebenan. Beide Welten verschmelzen. Der Kunde 3.0 ist ein Gestalter. Ein Mitmacher. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Vertriebsfreie Zone, das war gestern. Vertrieb geht heute anders. Willkommen in einer anderen Welt. Willkommen in der Social Economy. Der Kunde von heute ist einfach aktiver. Er ist oft besser informiert als wir selbst. Die Welt ist transparenter geworden. Jetzt werden viele Karten in den meisten Branchen neu gemischt. Am Ende machen Menschen Geschäfte für Menschen. Das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Wo die beidseitige Information, die Menschen voneinander haben können, die hat heute ein anderes Niveau. Auf Kundenseite, genau wie auf der Verkäufer, auf der Unternehmenseite auch. Das ist eben die große Chance, die ein Verkäufer heute hat. Wir haben viel zu lernen. Gerade jetzt. Auch von Ihnen.